Richtig oder falsch? Der Text auf diesen großformatigen Werbetafeln für den Sächsischen Familientag in Oelsnitz sorgte beim aufmerksamen Leser für Verwunderung. Wie groß mag das Geländer der Stadthalle sein? Wie viele Leute haben auf dem Geländer Platz? Und wie lange hält man es auf einem Geländer aus? Trotz dieser fragwürdigen Werbung kamen dann zahlreiche Besucher zum 19. Sächsischen Familientag nach Oelsnitz. Für die Familien gab es einen bunten Mix aus Unterhaltung und körperlichen Herausforderungen. Außerdem präsentierten knapp 80 Informations- und Unterhaltungsstände ihre Angebote in fünf Erlebniswelten.